Willkommen Genossen und Willkommen zu einer Folge Warno. Ich habe gedacht, ich mache einfach mal ein Warno-Video. Wieso nicht? Ich habe natürlich Bock. Ich hatte 1 gegen 1 mit einer KI, aber ich mache KI-Mittel, weil ich bin nicht so gut. Kampfgruppe per Tufa, einfach würde ich sagen. 2000 Punkte, es gibt kein Zeitlimit. Sicherungsdivision, das ist so deutsch halt. Okay, dann würde ich sagen, auch direkt geht's los. Ich will nicht warten lassen hier. Also gut, wir haben alle Zeit in der Welt jetzt beim Aufstellen. Das ist halt hier eine Reihe, halt einfach eine Linie. Das ist sehr wichtig, sehr interessant, sehr cool, auf jeden Fall. Also wir machen was. Erstens einmal das Felddepot, hätte ich gerne. Irgendwo vorne, wenn es geht. Wo hätte ich es denn gerne? Irgendwie die Häuser hier nerven mich sehr. Nehmen wir jetzt hier hin. Das hat dann noch eine gute Reichweite, hier und hier, ne? Ja, egal, hast du jetzt einfach hier. So, dann bitte ich erstmal hier gleich die Punkte schnell einnehmen. So. Alles klar. Jetzt kann Jaguar. Jawohl, Hauptmann. Der Jaguar, wo wollen wir den haben? Mann, 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 Mann. Also erstmal ein Jaguar. Eine Jaguar hier. Wir werden direkt noch einen Jaguar machen. Der kommt dann nicht leicht anscheinend. Der kommt auf jeden Fall hier hin. Ein Leopard hätte ich gerne. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Natürlich 2A3. Ach, die Möglichkeit erreicht! Die Dinger sind trotten. Die sind so ungefähr so gut wie ein T-60, da kann ich nichts mit anfangen. So, hier erstmal die Panzergrenadiere, die Sicherungsdivisionen. Löwe hört. Boah, wo wollt ihr hin? Ich setze mich mal hier vorne an. Aber dort müssen wir hin. Wir sind bereit, die Kampfweise zu wechseln. Die Sicherungsdivisionen, das sind eigentlich wichtiger sogar, aber egal. Ich, einfach die Jäger hier. Warten auf neue Befehle, Kommandant. An dieser Koordinate absitzen. Ich hab jetzt wieder fast nichts mehr, das ist scheiße. Mobile Luftverteidigung bereit! Genug für den Roland, aber... Koordinate erhalten! Tatsächlich, denke ich, brauche ich gar nichts mehr. Der Kommandant begrüßt die Antwort. Okay, ähm, ich meine, anti-air erstmal, denke ich, brauche ich gar nicht. So, komm, probieren. Hätte ich ja noch so einen Helikopter, die mag ich immer sehr. Und dann, ähm, ja, perfekt. Okay, also ich hab jetzt allen auch Befehle zugeordnet, dann würde ich sagen, los geht's. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt hier. Prob ich dir nochmal hingestellt, jetzt. Wohl, Hauptmann! Ah, guck mal hier. Jetzt bräust unser Panzer im Sturm, bitte dahin! Ich sollte das eingeschaffen. Sollte gar nicht so schwer sein. Ich mache halt eigentlich nie 1 gegen 1. Deswegen muss ich mich jetzt auch erst einmal gleich, ähm, darauf eingebunden. Ich finde jetzt, die Grafik ist im Spiel einfach wunderschön. Persönlich. Äh, oder ich finde da nicht nur die Grafik ist wunderschön. Ich finde einfach, das sieht so, die sind schön gemacht aus dem Panzer. Das hier in, ähm, Steel Division 1, ja, okay, mhm, sieht ein bisschen Klassik mäßig aus. In Steel Division 2 gefällt mir schon sehr, der Look von den Panzern. Aber jetzt mittlerweile, okay, da schickt direkt das, wusste ich nämlich, ähm, hab ich gleich Look für jetzt, Anti-Air, komm, da, 2, 1, ja, 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 komm! Rockenführer auf Empfang! So. Alles klar, was haben wir hier so für einen Spaß? Jetzt schickt ein bisschen Blatt. Da ist noch ein Helicopter. Ich bin jetzt aber erst mal egal, ehrlich gesagt. Gibt er nicht schon? Gut, gut. Dann geht ihr jetzt hier drauf. Oh, das wollen wir nicht. Sammeln, Zielsausgabe. Sicherung ist die in die. Fahrer, dort müssen wir hin. Oder nee, 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 das ist so riskant. Komm, die Flugzeuge müssen jetzt umperren, schnell. Verstanden, verlegen, schenke. Das Ding schießt gleich auf meine Einheiten. Oh, meine Fresse, komm, komm, Leute. Leute, kommt. So, das dauert so lange hier. Verstörungstheizung der Einheiten bestätigt. So, okay, ich bin jetzt raus hier. Neue Befehle, abgesessen in eine Kampfweise. So, okay, dafür nichts. Hier ist bloß, unser Panzer im Sturm, bitte dahin. Flusszapporten kann ich drauf angesetzen nochmal. Ich bin ja hier im Kriegel. Oh, der dabei. Passt ein Panzer. Okay, auf der muss das Panzerfliehen machen. Oh, der ist bereit, Spaffee. Perfekt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Cruiserbomben fertig sind. Lopterunterstützung, bereit. Clusterbomben, ich gucke mich nicht, ich weiß, wie das heißt. Komm, gib das mal hierhin alles, das ist gut. Winchester, fliege zurück zum neuen Aufmunitionieren. Oh, war das zu weit? Ja, das war zu weit. Nee, ich habe nicht geduldet, nach ihm. Aufrufen Sie uns, Kamerad. Ich will jetzt auch egal, ich will seine Scheißpanzer hier jetzt mal holen. Ich will die jetzt weg haben, ich will das hinter mir haben mit den Sammeln, Befehlsausgabe. Die Jäger quenieren, aber ich habe den Punkt jetzt schon malert richtig. Den halte ich jetzt einfach noch für die Füße, dann habe ich es auch schon. Oh, hat er überhaupt getroffen? Oh, nee. Was ist denn los? Was ist los hier? Komm, 2A4. Ich steig direkt. Bravo, eins hier, bravo. Das ist der Drei, was ich habe. Ey, ich dachte, was ist denn jetzt los hier? Ich glaube, der hat nicht einen einzigen getroffen jetzt. Der hat nicht einen einzigen Schuss, der hat mich getroffen. Komm. Oh, das ist jetzt wieder in die Situation, wo ich mir eigentlich nicht gelangen habe. Das ist jetzt eigentlich genau das, was ich vermeiden wollte. Scheiße. Ich kann mal Anti-Air schicken hier hin. Ja, das wollte ich halt vermeiden. Aber das ist jetzt... Oh, nein, Befehle. Verstörung, feindliche Einheiten bestätigt. Gut. Werner geht hier drauf besser. Ja, der Jaguar ist gut. Ja, wohl Hauptmann. Fällt mir. Und... Die treffen sich dann nicht. Drang, rauf, drüber. Ah. Scheiße. Rockenführer auf Empfang. Ich wollte, ich muss nicht über die Stadt. Ich bin dran unterwegs, Ende. Nein, das ist... Oh, nein. Abschuss, Befehl. Ah, ja, genau. Ich glaube, ich habe gedacht, der fliegt dran vorbei, gut. Superfehl, Kommandantin. Oh, mein Gott, der holt meine ganzen Jäger. Hilfe. Nein. Ja, noch ein Treffer. Wo bleibt mein 2A-4, Mann? Warum fahren die so langsam? Aber das gibt es ja echt nicht. Komm. Mann, fahren zu hier. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Oh, nein. Ich bin da jetzt gerade verarschen hier. Melde, Zug zur Stelle. Winchester, fliege zurück zum neuen Aufmunitionieren. Komm. Jetzt sehen wir, das ist doch ein Witz jetzt, ne? Auf wen haben sie es abgesehen? Äh, nichts. Verdammt, Fahrer rückwärts, Marsch! Beide Vorstellchen bereit machen. Was sind Ihre Befehle? So, der ist ja hier oben wieder. Großen, unser Panzer, noch mit dahin. Ich hoffe, dass ich den hier kriege. Ich hoffe, dass ich den hier kriege. Ich hab's gut. Komm. Da. Ich hab jetzt 2A-4 hier drauf. Exzellent. Oh, das ist gut. Oh, ich hab's in meinem Leben, Alter. Oh, ich hab's in meinem Leben, Alter. Komm. Ja, ich hab's in meinem Leben, die Parkteile, Alter. Ich hab's in meinem Leben, Alter. Komm. Na ja, warum? Ich hab's in meinem Leben, Alter. Ich hab's in meinem Leben, Alter. Und das ist ein Fahrrad. Abschuss besteht. Geil, die kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Komm, die muss mal hier drauf. Auf Empfang. Abschuss besteht. Wir schaffen es nicht. Hier drauf. Hier drauf. Komm. Abschuss besteht. Schillend. Verliebt das ja nicht oben. Irgendwo. Jawohl. Verliebt das ja nicht oben. Hilfe. Mann, da muss mehr passieren hier. Wir haben ein. Sie kriegen so ein Helikopter, weil die mich gerade so fett aufregen, Mann. Die Drecksteile. Abschuss besteht. Ich brauche eine Anti-Air. Dann soll ich weitergehen. Radiocheck. Höre Sie. Komm, ich wohl noch. Hier sind auch Erklärungsteile. Der hat das echt noch überlebt. Der lebt noch. Sunny. Ich kann es doch kein Marzellen. Erschossen. Winchester. Rottenführer auf Empfang. Warum geht hier hier drauf? Schönen wir mal was. Der lebt immer noch. Ich schieße jetzt hier drauf auf das Rackding, Mann. Und sagt, steuert es auch mal. Erschossen. Winchester. Hab ich's. Ist ja jetzt auch egal. Hier an Lines. Nicht sorge für Luftüberlegenheit. Weck hier jetzt. Ich bin lieber der Jäger als der Jäger. So, aber das Ding hole ich mir noch. Kampfvisier. Feuer, selbstwärts, werden wir öffnen. Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt. Wir haben Feindkonzept. Ey, jetzt trifft der auch nicht. Was ist denn das hier für ein Winkel? Das hier... Wir brauchen Angriff erfolgreich. Ende. Gut. Thomas, erwarten Befehle. Nice. Geh mal. Was mach ich? Arschgeschwindigkeit erreicht! Gehen. Kann man schon mal reprobieren. Angriff wäre erfolgreich. Alles vernichtet. Ende. Äh, meinen Roland hat dich ja irgendwo hier hingeschickt. Wir warten Ihre Befehle. Boah. Ich komm. Kalt im Vorfeld. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh Gott, hast du deinen Spaß mit den Likoptern? Jetzt hab ich ihn. Wenn sie schießen würden, natürlich. Und jetzt ist die Senderman. Angriff ist bereit. Feuer! Ah, nice. Wir schießen es nicht! Kann man doch nur lieben. Kann man doch nur lieben. Komm, jetzt bewegt euren Arschlein. Ich hasse Helikopter. Erwarte Anweisung! Komm, man kann es weg hier. Wir greifen an! Das Teil wurde ich mir jetzt. Angriffsserie erfolgreich. Alles vernichtet. Kommt, kommt. Ja, 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 ich schaff's. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich merks. Wir schießen es nicht! Ja, voll. Angriffsserie erfolgreich. Alles vernichtet. Kiffen, 50. Wir warten. Angriffsserie erfolgreich. So. Ah, komm mal. Angriffsserie schon schreckt. Erwarten Befehle. Überzüge Waffen und Munition. Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt! Ja, Kanscher-Kandidiere bräuchte ich immer. Wir wollen nicht hoffen. Das geht nicht gut aus. Ah, nee. Schieß war nicht. Oh, der Frucht. Nach vorn. Oh, der ist kein Nuss. Aufkommen! Feuersalbe und wieder weg! Der Schildkarsch wieder. Ungeprallert. 3, 4, hören! Ungerotzt, ey! Feind gesichtet! Leeren Zone! Kampfhubschrauber, erwarten Befehle! Wo wollen Sie die Flugabwehr haben? Ausgeführt! Es hat eine gefährliche Position für die Roland. Für die Roland. Nö. Ich will nicht so, ne? Komm, komm, komm. Den kriegt ihr, den kriegt ihr. Schießt doch! Ostwochen Reichweife, Mann. Winchester! Perfekt. Der hat den Flücht- und Wärme im Kopf hin. So. Ja, ich verliere meine Gartenkruppen wegen dieser Scheiße, Alter. Ich bin lieber der Jäger als der Gejagte. Perfekt. Fluggeschwindigkeit erreicht. Hälfte Kurs auf 5, 3, 0. Auf Empfang. Ich sehe nichts. Wenn er einhalten nimmt, würde ich es mir einfach so ein bisschen kiep zurückziehen. Abschuss bestätigt. Dann wieder Dreck. Ähm. Ja, Alfa, komm bereit! Haben wir den gleich hier so wieder repariert? Kriegen wir neue Panzer? Wir brauchen Artillerie-Unterstützung, verdammt! Das würde ich jetzt sagen, halte ich einfach. Bravo 1, hier, Bravo! Wow, was ist das denn? Halt gesichtet! Wie ist der nach vorne? Ja, ist das denn? Radiocheck! Höre Sie klar und deutlich! Was ist das denn jetzt? Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Melde Zug zur Stelle! Schützenreihe bilden! Wir brauchen Artillerie-Unterstützung, verdammt! Achso, der muss erst landen. Wir bewegen alles! So, komm. Wir fasst das Ziel. Wir werden alle was, Feuer frei! Ich kann ja nicht durch die Bäume schießen, Alter. Es hat mich erwischt! Das wäre eine Sichtweite. Wir schaffen es nicht! Komm. Gleich haben wir es. Jetzt. Wir brauchen Artillerie-Unterstützung, verdammt! Komm, Mann, nein! Den sollen wir mitnehmen! Ich spiele nicht so auf, mach mal, Alter! Ich bin schon im Rotz, Mann! Leckt mich, ey! Wo brauchen wir uns, Kameraden? Da kriegen wir A-Gesatz. Weg nach. Wir brauchen Artillerie-Unterstützung, verdammt! Feuer und Bewegung. Wir können beides. Perfekt. Jetzt ist es mit so, wie ich gehe mir jetzt da langführen. Ich holte die Dinger noch. Checkliste überprüft. Einsatzbereit. Aufklärung. Fernsperr. Perfekt. Und der 2-4, der da, um wunderschön freischt ist. Ja, der kann was. Er ist, meines Erachtens, auch, der beste Panzer anstiel. Das Ding ist einfach krass. Kann man nicht gegen argumentieren, aber das ist der beste Panzer. Neue Befehle? An dieser Koordinate Absicht. Er wird kein Abrams-Panzer oder kein T-80 oder so eine Chance gegen haben. Das Ding ist krass einfach. Melde, Zug zur Stelle. Achtet auf die Abstände, Männer. Ah, nein, da muss ich finden. Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Er ist los hier. Dann nach MZ-Labs. Den kann es auch noch wegschließen, finde ich. Der erste ist ohne Grund, jetzt nicht mehr in der Reichweite. Egal. Oh, wow, wow. Den DAT-Versorgungsding hätte ich aber gerne mal. Bevor hier irgendwas passiert. Wir brauchen Artillerieunterstützung von Abständen. Hier, so. Komm. Wir müssen uns hier auf die schießen. Melde, Zug zur Stelle. Oh, ne, wir müssen einfach mal. Einfach mal hierbleiben. Egal. Betankt und aufmunitionieren. Ich schicke euch hierhin. Komm mal, hier. Holgas, hol raus! Der Himmel gehört uns. An dieser Koordinate absitzen. Ja, jetzt fängt er wieder da lang. Das ist für mich... Wir wurden getroffen! Ich glaube, er fand ich das schön zu sehen. Oh, das ist gefährlich, weil... Ich höre, Herr Hauptmann. Volltreter, sie zerstört! Oh, der Fick 3T-72, das ist für mich schon eigentlich fast wieder eine Großoffensive. Ah, er stießt auf diese Halbkentenfahrzeuge da. Wir haben Feindkontakt. Transportdinger. Scheiße, dann! Okay, okay, ja. Ist weg. Aber, sehen Sie nach positiv. Ich habe noch zwei von so einem 72 mitgeholten. Das ist eine gute Anzahl. Und meiner brennt noch nicht mal. Wow! Oh, Mann, ey. Das ist fünf Minuten noch. Erwartet Befehle. Ich höre die Augen. Das war eine gute Anlänge, die ich hier gerade gesehen habe an Fahrzeugen. Grotte, bereit! Ich ballere einfach mal ein bisschen was drauf. Ist so eine schöne Idee. Ground Control, bereit zum Angriff. Bestätigen, Mission erhalten, zerschlagen, Ziel. Glückabwehr bereit! Aber der wird hier nicht dran vorbeikommen. Wenn er dann versuchen würde. Oh, hat der... Oh, wird meine Speer erholt. Na ja, so wichtig waren die jetzt auch nicht. Wir haben Feindkontakt. Ähm, ich stecke auf Nummer 9. Wo wir sind, wird gestorben. Geil. Die beiden sind nach Verruf. Wow. Wow, 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 wow. Aber habe ich hier ein bisschen was geholt von dir wenigstens? Kann sein, weiß ich, dass ich es nicht war. Oh, wow. Der hat jetzt Licht und Kärme im Kopf hin. Oh, wow. Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt. Ich will Feuer überlegen, nein, ich will Feuer überlegen, nein. Sack, man, was ist jetzt gerade los? Panzer, war aus! Oh man, der Panzer, was muss ich bin nicht schade. Die macht viel zu wenig schade und die treffen noch nicht mehr sich. Sani! Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt! Tja dann. Was hat die übergefehlt? Den Leichten, den wir hier lieber... Den brauch ich doch eh für nichts anderes. Boah! Boah! Okay, Panzerfaust kann man ja nicht direkt knicken. Die Dinger bräuchst du für nichts. Kein auch nichts. Von daher wird er, denke ich, nicht kommen. Ich kann trotzdem mal... ...inzantrieren, schicken. Tioniere hätte ich gerne mal. Nee, der hat... Ja, okay, komm. Ah, so. Wen sollen wir mitnehmen? Pfarrer, dort müssen wir hin. Perfekt. Überprüft Waffen und Munition. Jetzt soll der mal wieder herkommen. Pfarrer, langsam vorwärts machen! Jetzt soll der sich dran. Panzer halten! Jetzt sind jetzt nur mal diese kleinen Baby-Leoparde da. Ja, ich zeig's dir mal. Der die Taube. Feind gewandt! Jawohl, Herr Kommandant! Wolfgang, zieh zerstören! Einfach mal ganz kurz die Flugabwehr mit in den feindlichen Punkt reinfahren. Ohne schädliche Begleitung oder so, oder jeglichen Kontext. Einfach rein da! Komm, der Typ hat auch schon aufgegeben geistig. Scheiße! Oh! Oh! Warum macht der T-22-6 so viel Schaden? Das... ...de hat Frontpanzer rum hier auch noch. Wolfgang, zieh zerstören! Ich glaube, das war ein ziemlich gleichzeitiger Tod. Ob es das für ihn wert war, auf jeden Fall. Er hat ein Leopard 2A3 ausgeschaltet, aber... Wir haben Feindkontakt! Für mich weiß ich jetzt nicht so ein... ...D-72. Wow, 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 wow. Was ist hier jetzt gerade passiert? Wow. Was ist hier jetzt gerade passiert? Ganz ruhig. Nein! Sollen wir reinzickern? Du machst das uns alles schwerer, als es sein muss. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Ich muss dann... ...kommen. Auf Schwen haben Sie es abgesehen. Ja, ja, ist egal. Feindliche Einheit erkannt! Wow. Wir schaffen nicht! Die machen zu viel Schaden, die wir haben. Arschgeschwindigkeit erreicht! Wow, die machen viel zu viel Schaden. Hilfe. Der trifft noch nie mehr. Wow, Hilfe! Ich habe eine Wischung! Große Offensive! Gehen Sie fort, don't control! Winchester, fliege zurück zum neuen Haufen und ihn zu mir! Aber ich glaube, das soll jetzt schön, oder? Oder? Rückwärts! 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 Nein! Was sind Ihre Befehle? Geht mir Morphium! Geht mir Morphium! Ja, das hat jetzt sehr gut funktioniert von dir. An dieser Koordinate absitzen. Rückwärts, rückwärts, rückwärts! Im Breitkeil, Angriff! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Wolltreffer, Sie zerstören! Stehen. Oh. Erfassen das Ziel, Kommandant! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Das Hekt noch mehr rein, der Stupid Olin. Rückwärts, rückwärts, rückwärts! Zu Ihrer Verfügung, Kommandant! Kannst du doch noch nicht schießen, perfekt. Radiocheck, wir brauchen Sie klar und deutlich. Oh, Mann. Feuer! Danach im Zentrum! Vollgas, hoch raus! Wiederholen Sie Ground Control! Der geht halt echt rein, ne? Hab ich denn noch was? Panzer, Einsatzbereit! Du weißt, auf wen du schießt musst, ne? Sag mal, was machen meine Glisterbomben so lange hier? Warum reparieren die denn? Warten auf neue Befehle, Kommandantant. Raus, raus, alle raus! Wir feuern, sobald der Feind in Reichweite ist. Alpha an alle! Wundüberprüfung, kommen! Und noch ein Treffung! Okay. Wundüberprüfung, raus! Ah, perfekt. Wo braucht ihr unsere Feuerkraft? Genau so stelle ich mir halt vor. Es drauscht unser Panzer im Sturm mit dahin. An alle Einheiten! Okay, drei, zwei, eins, komm. Den habe ich noch geholt, den Panzer. Und Leute, wir haben's. Also, das war jetzt mal gegen KI normal. Ich kann irgendwann mal ein Video machen, wo ich halt gegen KI schwer mich versuche. Weil ich wusste ja, das ist halt eins meiner ersten Eins gegen Eins. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich muss mich erstmal reinfinden. Wie ist das so bei einem Eins gegen Eins? Wie mache ich das jetzt am besten? Ich würde sagen, das hat sogar eigentlich ganz gut funktioniert, ne? Doch, doch. Deswegen nächstes Mal KI schwer dann. Man sieht hier, ähm... Ja, den habe ich total zerstört, den Gegnerin. Den habe ich total zerfetzt. Kann man ja anders sagen. Ähm, Abschlüsse und Verluste, ja. Nice. Ja. Der hatte abartige Einheiten, aber ich kann froh sein, dass der kein T80 hatte. Wenn der T72 schon meinen, ähm, Leopard 2, ja, 3 gefressen hat, dann... Uh. So, ein T80, der wäre gefährlich geworden. Der wäre ganz gefährlich gekommen, also. Auf jeden Fall, Leute. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. In Warnow vielleicht. Macht's gut. Ciao.